Frequentis Deutschland Wie unsere Mutter bieten wir Kommunikations- und Informationssysteme für Leitstellen im sicherheitskritischen Umfeld an. Die Kommunikationssysteme sind für die Flugsicherung das essentielle System, weil nur damit eine sichere und effektive Kommunikation zwischen Cockpit und uns sichergestellt werden kann. Mit unseren Lösungen stellen wir sicher, dass auch in Stresssituationen rasch die relevanten Informationen zur richtigen Stelle gelangen, Kommunikation effizient stattfindet und so schnell die richtige Entscheidung getroffen wird. Zu unseren Kunden in Deutschland zählen zivile und militärische Flugsicherung, die Bahn, Blaulichtdienste wie Polizei und Feuerwehr sowie maritime Organisationen und Behörden. Musik Mittlerweile wurden etwa 6000 Arbeitsplätze in der Region mit Frequentis Technik ausgestattet. Deutschland ist für die Frequentis insofern eine besonders wichtige Region, denn hier findet enorm viel an Innovation statt und dies bei höchsten Standards. Die bayerische Polizei hat zehn Einsatzzentralen. Im Verlauf des Projekts rüsten wir alle zehn Einsatzzentralen mit der Kommunikationstechnik der Firma Frequentis aus. Eine Streife bietet zur Geschädigten. 1412 könnt ihr anfahren. 1412 wird mit und fertig. Das System, das die Firma Frequentis angeboten hat, hat eine sehr intuitive Bedienoberfläche, überzeugt die uns vom Gesamtkonzept und vor allen Dingen hat uns auch die Leistungsfähigkeit der Firma überzeugt. Uns ist besonders wichtig, die lokalen Bedürfnisse unserer Kunden zu kennen und diese vor Ort zu unterstützen. Mit unseren Standorten in Langen, Bonn und Aachen sind wir nahe am Kunden. Dabei ist es unsere Strategie, die regionale Präsenz auszubauen und weiter zu wachsen. Die Firma Frequentis ist zu 100% auf unsere Bedarfe eingegangen und in den Projektmeetings haben wir genau die Lösung für uns gefunden, die wir benötigten. Die Zusammenarbeit mit der Firma Frequentis war partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Wir sind doch ein wenig stolz auf die langjährige und gute Zusammenarbeit mit den Kunden aus Behörden und Industrie, sowie unseren Geschäftspartnern international wie lokal, mit denen wir gemeinsam eine Vielzahl von Projekten erfolgreich abgewickelt haben. Wenn immer es darum geht, Deutschland ein Stück sicherer zu machen, ist unser Team für Sie zur Stelle. !